Zolo hier, nochmal was zu farben. Und sicher, wenn sowas Bestand hat bei mir, dann wird natürlich sowas auch zur Zucht eingesetzt. Das ist doch ganz klar. So einen tollen Brand sieht man selten. Und so ruhig auch, hält den Druck aus. Also wie schon gesagt hier, wenn sowas natürlich Bestand hat, wird sowas natürlich zur Zucht auch eingesetzt. Sieht man selten, so einen tollen Brand. Komplett hier, schwarze Haut und helles Fell. Jetzt muss man natürlich gucken, was passiert. Also Möglichkeiten gibt es immer. Aber prinzipiell nämlich immer das, was Bestand hat. Ich züchte nicht nach Farben. Das muss man wissen. Ich z Francisco